Das war's mit dem. Super nice, die hat's voll zerfetzt. Oh. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Okay, letztes Mal nachrüsten. Danach haben wir's. Warte, mehr Eisfallen brauche ich dann. Mehr Eisfallen. Oh ja. Ich brauche ein paar Verdresche auf jeden Fall hier noch. Oh ja, Alex. Äh. So. Hätte ich die mal aufgerüstet, die Falle. Ich glaube, das muss ich bald mal machen. Welche? Die Eisfalle hier. Ja, die haben wir auch bisher kaum benutzt, ne? Ja. Deswegen haben die die bestimmt nur eingebaut. Willkommen in meiner Höhle. Damit die Fallen, die man nicht so oft nimmt, auch benutzt werden. Die waren am Anfang halt gut, aber am Anfang hat man auch nichts anderes. Ja, stimmt. Da war die Auswahl begrenzt. Sag mal Bescheid, wenn da ein Schädel ist, ne? Ja. Dann komm ich. Ja, ja. Kein Problem. Oh nein, die machen meine Eisfallen schon an. Haut ab, das für die Feuerviecher. Bäm, da war nix. Na, hier kommen jetzt drei Stück. Drei große. Oh, scheiße, jetzt kommen sie schon. War die auch? Ja. Wie viele waren das jetzt? Den ersten hab ich's soweit. Ich lass dir mal hier auf den Eisfallen spielen, da müsst ihr eigentlich klappen. Oh, es geht doch kaputt hier. Oh. Oh, jetzt hab ich vier hier. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ah, zwei hab ich noch. Ah, sauber. Okay, perfekt. Das war ja einfach. Das ging. Ja, fang mir auf. So. Ich hoffe, ihr steht auf Schmerz. Ich hab auch meine Münzwalle weggemacht, die hat jetzt nicht mehr im Endeffekt so viel gebracht. Oh, jetzt kommen direkt am Anfang die großen da oben schon. Ja. Dann beschäftige ich dich da oben mal. Oh, 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 oh. kommen fallen nur die großen nicht kurz vorm ende kaputt machen weil dann auf vier rein oder der zählte das war richtig kacke hat der eine ort gerade wirklich gesagt ich bin zu alt für den scheiß bei mir aber war es ich selber es war nicht meine stimme war nicht kann doch sein alter vorletzte wenn es hat ja mein gott hat er ab hat sich mal befreit von der qualen das stück aus meiner sammlung letzte welle tatsache jetzt bin ich gespannt ja vielleicht fahren jetzt in der letzten welle endlich mal ein bisschen auf hier die kommen ja durch lassen ja immer noch 30 ich bin mal gespannt wenn keiner durchkommen was wir dafür eine benotung kriegen wir haben was geht ja auch nach den kombis und sowas die man gemacht hat ja stimmt das geht ja nicht nur um kein durchlassen halt wie cool du gewinnst man macht so möchte ja weil ich mal bullet storm cool da ist ja auch mehr wirklich wenn er die kaputt gemacht hat ja das habe ich vor kurzem gerade erst durch gespielt politik ja das ist die witz hatte das schon ewig rum zu liegen ja ich habe es irgendwie nie gespielt was habe ich jetzt weiß wie vor zwei monaten oder sogar erst nachgeholt gehabt und ja ich war total begeistert klasse spiel gewesen ja ganz auch schön schnell spielen ja ja hat richtig spaß gemacht ok hier meine dicken meine dicken kommen gerade erst an hier vorne scheiße warte ich kann die gleich mal ablenken oh das ist das ist gut boah ach die explodierende hilfe ich bleibe mal ein bisschen weiter weg guck mal meine hp ja guck mal meine auch hier sind noch fläschchen sauber geschafft ich bin ich wasser fast tot aber geschafft jetzt bin ich gespannt gucke mal boah vier geht doch geht doch und vier bonus schädel so ich gehe mal kurz in mein ding ins rein ja nicht den einen knopf da drücken nicht den einen knopf drücken ja 162 schädel geil ah ja hier ist das ist der das ja klar ich habe aber mein flammenarmand ein bisschen aufgerüstet weil ich denke es werden jetzt noch eisgegner kommen ja ähm ok ich bin ready auf uns nächste level aber warte ich muss doch gerade ein bisschen aufrüsten dann bin ich soweit ja mach mach aber ich überlege gerade die eisfalle bestimmt für gleich dann kann ich mir einen Kaubonbon nehmen ja ich habe wie gesagt habe dem Peter gerade privat schon erzählt als wir noch gesculpt haben sobald es kalt draußen wird so wie jetzt so schön im Herbst kriege ich Lust auf Süßkrab ich mag ja sonst gar kein Süßkrab aber jetzt habe ich mir echt mal so ein bisschen Zeug gekauft und mich auf meinen Schreibtisch gestellt in so einer hübschen Schüssel das sieht voll gut aus das sieht fast so gut aus aber manchmal gar nichts von dem mit dein Auge auch noch mitisst genau voll eklig wenn du was ins Auge drückst aber egal oh maatsch höherer Bogen oder auch an ne ok das nehme ich einzigartig Verbesserung kaufen ich habe jetzt auch mal die Flamendinger wieder aufgerüstet und ich überlege gerade was ich noch nehme ok eisfalle habe ich Bodenflamer also wenn das jetzt wirklich nur drei Level sind gehe ich mal ganz stark davon aus dass jetzt ein Level mit Eisgegnern kommt oder in den dritten Level halt Feuer und Eis ja gehe ich jetzt einfach mal davon aus und nur noch 22 Schädel Paladinwächter zähe Nahkampfwächter geil ich nehme einfach mal an Zerstampfer mach das ne 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 nein ok der ist scheiße die sind nicht gut dann nehme ich die Wandkling die habe ich die kenne ich nicht keine Ahnung kaufen ok fertig ähm wie man das nochmal das X drücken oder unten zurück genau das ne unten auf zurück und dann das X und dann das X oh ja sauber ja und fortfahren ich bin gespannt Doppeldecke oh vielleicht sind wir jetzt getrennt voneinander es gibt nur zwei Routen ne doch nicht aber wieder so ne BAM die Maps fand ich eigentlich immer cool also hier nehme ich auf jeden Fall die Schleuderdinger die die Gegner nach unten schleudern so also hier wollen die hier kommen die raus oder hier wollen die rein äh ja ähm sind mehr nix mit Eis nix mit doch Wasserling sehen die cool aus also erstmal das Level erkunden die wollen hier lang rennt zur Spalte vereint sich und wächst geil ist aber schlecht ach hier kommen wollen die hier unten rein ah ne von hier kommen die raus ok ne die wollen in das ne die wollen hier rein genau ja ok das heißt wir haben quasi zwei Orte von denen die kommen und es gibt ein Tor wo die hinlaufen wollen ja das ist doch schön das ist doch eigentlich ganz nett kann man konzentrieren wir können das wieder da vorm Tor konzentrieren mit natürlich ein bisschen knapp wenn man das da oben nur konzentriert WTF die Münzwalle muss man freischalten ne jetzt hab ich die nicht mehr scheiße verdammt ja ist nicht so wild obwohl ich würde trotzdem sagen ja hier doch man könnte hier so ein bisschen was machen ich hab aber so ein bisschen das Gefühl dass wir wollen hier auch Flugdinger her warte mal gibt's hier Flugdinger guck mal bei deinem Eingang ob da Flugdinger herkommen auch achso warte ich guck sofort ich aber ich würde jetzt beinahe sagen eher nicht meine ich ach komm nehmen wir die noch mit ist ja relativ günstig Flugdinger sagste ne aber ich glaub hier gibt's keine ne ich war oben bei dem einen Eingang wo die also bei dem Tor oben da war so ne Öffnung in der Mauer oben drin ich hab jetzt erst gedacht vielleicht kommen da irgendwie auch Flugdinger aber ich glaub eher nicht nö das ist eigentlich ganz cool da haben wir genau zwei Routen du kannst ja die obere nehmen ich nehm die untere hier und dann wollen die ja beide hier in das Tor achso ein Tor zwei Routen ne genau aber erstmal kommen die ja sowieso nur von oben gibt ja einmal die einmal einmal die den den Spalt von oder die die Öffnung von oben und die von unten und von oben kommen sie ja jetzt erstmal nur ja dann kannst du ja nach oben hingehen ich bleib bis mal da hinten und ich werd hier so ein paar Falten auf jeden Fall schon mal aufstellen ich werd auch schon mal was kommen denn jetzt überhaupt für Gegner ich muss jetzt mal schauen was wir jetzt überhaupt haben kommende Gegner wir haben ich denke mal die Wasserlinge die müsste man am Anfang platt machen sonst sind die am Ende ziemlich groß vom Gefühl her also das heißt aber Feuerwaffe werde ich ja da wohl kaum brauchen so na doch ich hab mal ein paar Feuerdinger mitgebracht ey warte mal was ist das denn achso ne kann ich das Towerbuch nochmal öffnen okay kann ich soll ich wirklich sagen bring hier meine Verdrescher irgendwie was hier oben in dem Tunnel bei dir würden sie ein bisschen was bringen ne wollen wir dann nicht vielleicht doch tauschen und du nimmst die untere Route oder ich die obwohl ne hier oben ne vergiss es okay hier oben gibt's auch genug so okay das heißt also ich nehme folgende Sachen Pfeilwand äh Sprungfederfalle Verdrescher äh Schwefel Münzpresse kannst du nicht nehmen ne ne leider nicht hab ich leider verpeilt was wird sich noch anbieten was werden noch cool Stachelfalle finde ich doof die sind die taugen nix die machen einfach zu wenig Schaden hast du die aufgerüstet ich meine ohne bringt das glaube ich eh nicht so viel ne ne ich glaube nicht äh geil so du hast wirklich einen Schädel gefunden irgendwo oh ein Schädel boah soll ich mal diesen diesen Pfeilespucker probieren ja mach doch mal wir haben bestimmt mal interessant ich probiere jetzt einfach mal so okay also hier unten ich hab auch den Elektrobrutzler ich probiere jetzt auf jeden Fall aber siehst du mich hier oben guck mal kurz hoch äh ja ich seh dich pass auf hier an der Wand siehst du die Öffnung die wo also da hier so wo zeig mal mit ner Maffe drauf wenn also mit so ner Falle da äh hier Wende die Falle siehst weiter links ja was ist da die Öffnung da war der Schädel drin ach geil ne krass lol du bist so ein Glückspilz ne ich hab nur aufgepasst ja okay dann würde ich jetzt sagen ich baue meine Feigenerzchen also Sprungfeder fallen äh machen wir auf jeden Fall eins zwei drei so dann probiere ich mal ach das ach das ist für den großen Bereich dieses Ding das ist natürlich gut aber was hast du denn da das ist das das ist das äh Pfeilespuckding das hat für den relativ großen Bereich ich würde fast sagen quasi so dreimal drei Felder nimmt der glaube ich ein und in der Reichweite spuckt der die Pfeile wenn die da durchlaufen bin mal gespannt mehr Geld hab ich jetzt auch nicht äh dann geh ich mal schnell nach oben oh ja achso es kommt ja nur von oben erstmal dann komm ich noch ein bisschen mit zu dir hoch kommen die Rettenden nach? ja die Gnolljäger aber die greifen jetzt grad die anderen Gegner an die Wasserlinge so jetzt kommt sie bei mir unten ja aber das kriege ich denke ich auch alleine hin du kannst uns hier oben ein bisschen vielleicht von da oben ein bisschen was schießen notfalls ach ja stimmt ein bisschen abchillen hier oben willkommen in meiner Höhle obwohl dafür dass die bei dir kommen kommen hier aber auch ganz schön viele oh na gut da wissen wir ja jetzt wo wir bleiben und so ja genau verkackte Wasserlinge wir machen gar nichts ja die werden einfach nur größer jetzt zum Ende mit der Pech hast ne ach stimmt der ist die